Der klassische Radio, Paktik. Man kann ihn. Okay, wir überlegen uns jetzt alle schonmal einen Satz, okay? Ich dachte, wir wären schon so weit. Sorry, ich war noch nicht so weit. Ich muss mir den kurz aufschreiben, sonst vergesse ich den wieder. So. 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 Gott, wieviel Zeit haben wir nicht mehr soviel. Jetzt wirds lustig. Kann ich nicht, warte mal doch. Kacke! Ich weiß selber nicht, was da drinne ist ey. Ich mach jetzt einfach irgendwas und das sieht bestimmt nach irgendwas aus, oder? Oh, ist das letzte, oder? Verdammt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, let's go. Ey, wann habt ihr meine Äpfel gehabt? Oh. Oh. Oh no. Oh. Ja, okay. Das ist für eine Katastrophe. Du Ademas. Das ist aber bei mir, glaube ich, nicht angekommen. Pikachu sitzt auf der Bank. Ah. Oh. Oh. Oh, wow. Das ist schön. Wo sieht Pikachu aus? Pikachu sitzt auf einer Parkbank. Oh, wow. Nesslich. Ja. Ja. Guck mal, eigentlich, wenns das gewesen wäre, wärs gut gewesen. Da kommst du noch mal ein bisschen raus. Ich hab die Lichtwohnstunde nicht. Ah Mist. Oh, wirklich. Ich hab die Lichtwohnstunde nicht. Ey. Die Bäume. Die Bäume sind so rassig. Ich hab das Bild bei der Hälfte wieder gelöscht. Alles bisschen hektisch. Oh. Und Pikachu ist einfach eine Biene geworden. Der ist doch eine Zitrone oder so. Super Mario gewinnt Boxkampf gegen Nessie auf einem Schwein. Oh, das ist nicht angekommen. Das hat ja nicht jeder gesagt. Shorty gewinnt 3 zu 0 gegen Mario, der auf einem Schwein sitzt. Was? Shorty streamt, während Robin auf einem Schwein reitet. Shorty streamt und Robin reitet auf einem Schwein. Hä? Ist Shorty im Käfer? Shorty streamt und Robin reitet auf einem Schwein. Aber ey, ich weiß nicht. Immerhin reitet immer auf jemand auf... Auf irgendwas. Shorty ist auch noch dabei. Ja, passt. Oh Mann. Eine lachende Sonne am blauen Himmel. Oh, das ist... Das hatte ich nie. Das hatte ich auch. Ich auch. Aber nicht mit blauen Himmel. Die Sonne lacht. Einfach nur die Sonne lacht. Kurz knäckig. Oh, aber das sieht... Schon eins zu eins fast genauso aus. Die Sonne lacht. Hallo, die Sonne lacht. Hallo, die Sonne lacht. Die ist auch süß, ja. Ich glaube, das ist das erste Mal. Aber die Sonne lacht. Die Sonne lacht. Die Sonne lacht. Ja, alle haben auch... Na, okay, die letzten zwei hatten keinen blauen Himmel mehr. Dracula feiert 586. Geburtstag. Der 586. Das ist wichtig. Kam bei mir aber auch nie an. Dracula feiert Geburtstag. Ja, das kam bei mir an. Ich kann halt nicht malen. Okay. Vampir feiert seinen Geburtstag mit einem Kuchen. Dracula hat seinen vierten Geburtstag mit einem Kuchen. Das ist Dracula ziehlich. Feiniger aus 586. Einmal der vierte Geburtstag. Das ist mir gehört worden. Ein Vampir. Das hat ein Rauch gegeben. Vielleicht ist es ein Vampirian-Spiel, ja. Bildschirm mit Gartitz faun auf dem Screen. Oh, das hatte ich als erstes, ja. Aber voll gut. Oje. Grünes Marsmännchen sitzt im... Ich glaube, ich weiß, was ich weiß. Kaktusradio spielt. Der Klafläscheradio, Paktus. Man kennt ihn. Ich kann mal nicht. Man kennt ihn. Der Klafläscheradio hat sich den Kuh Прace trois Machen. Was ist er mit dem Screen? Ich bin nehm oberliesslich. Was ist man Ihre Klafläscheradio? Man kennt ihn, dann wie macht Robert James noch? Wir machen mal weiter. Wallenmensch fängt Vögel im Weltall. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen. Ich habe verstanden, nachts fliegen Fische. Okay, vorm Fische. Den NDR ist das, wenn du komm mal. Nachts fliegen Fische. Kanktus-Radio-Man-Candy. Oh, 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 oh. Warte, danke. Der Grinch und Schort, die trinken Tee in der Schweiz. Was? Wir trinken hier in der Schweiz. Jetzt habe ich noch was von dir abgehauen. Jetzt habe ich noch ausgecheckt, was bei mir kommt. Ein Schweizer trinkt ein Riesen-Bier. Alleine alles, wo einfach nur eine Krone ist, ist immer Schorti. Dass man nicht daran denkt, dass es einfach eine Queen ist. Pikachu auf einem Einhorn. Oh, das ist süß. Pikachu reitet auf einem Einhorn. Die Englert-Flagge gemalt werden. Es wird was ganz anderes gemalt. Also das auf dem Kopf, ne, das reagiert ihr einfach. Felix, was ist das für ein Einhorn? Pikachu reitet auf einem Einhorn. Pack nicht, pack nicht. Es hat ein Horn, es ist okay. Oh, sorry. Ich weiß nicht, was ich da gemalt habe auf dem Kopf. Pikachu auf einem Einhorn. Mein Einhorn wurde ziemlich skeptisch. Es war, am Ende kam einfach genau das raus, was am Anfang gesagt wurde. Ja. Ja, also bei viel Kacken reitet auf einem Einhorn, finde ich, konnte man jetzt auch mit so viel was machen. Naja. Ich hätte dann ein Video losgemacht. Also aus einem Einhorn ist mal ein... Sorry, mein Wetter. Die Fee malt einen Affen. Oh Gott, das hat er. Was? Oh, oh. Da ist was ganz anderes. Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, was das war. Fee verzaubert einen Bär. Oh, oh. Oh, oh. Meine Fee. Shorty verzaubert einen Bär. Hetz, Hetz. Also meine Frau ist keine Kronenbär. Oh, oh. Shorty wäscht einen Bär. Shorty wäscht einen Bär. Oh, der Bädelwerkzeugbär. Oh, der Bädelwerkzeugbär. Oh, der Bädelwerkzeugbär. Das ist doch... Das ist der Werkzeugbär. Kennt ihr den nicht? Ja, ne. Schick doch. Schick dem in meinen Chat. Zeig mal den... Fee drückt Snus-Button. Den wilden Werkzeugbär. Fee drückt Snus-Button. Okay. What the fuck? Fee deaktiviert den Wacker. Deaktiviert den Wacker. Fee stellt den Wacker aus. Oh, das war mal angeguckt. Ein Wacker nervt das Pferd. Ich bin hier nur rumheut. Ich bin hier nur rumheut. Ich bin hier nur rumheut. Jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Ein Apfelbaum geht einpausen. Oh, ein Apfelbaum. Ein Apfelbaum. Apfelbausen. Also da waren keine Äpfel dran. Da war keine Äpfel dran. Da war keine Äpfel dran. Das mit'n A. Ein Baum schiebt einen Einkaufswagen. Ein Baum geht in einer E-Deka-Filiale einkaufen. Ein Baum geht in einer E-Deka-Filiale einkaufen. Voll Mühe gegeben mit dem E. Da hatte ich keine Zeit mehr. Ich bin hier. Die KRV-Filiale-AnICE enjoying alle Booseinformation- parab당히. Ein Lahren von T sounds of this episode about M więcej von T. Aufstieg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.